Hallo, hallo, hallo. Dailytime. Sashi, Daniel, ihr kennt uns schon. Ja, der Daniel ist dafür bekannt, dass er in Stichworten arbeitet. Ja genau, außerdem mit meiner Stimmlage, ich müsste ein bisschen verzeihen, ich arbeite nebenbei im Zentrum der Leidenschaft. Ist immer wieder schön, wenn Leute ansehen. Hallo, Zentrum der Leidenschaft, was kann ich für Sie tun? Ja, man muss ja von irgendwas leben. Ja, das ist meine sonore Stimme, die muss ich auch irgendwie vermarkten. Ja, ist ja klar, also wenn man die Fähigkeit hat, dann sollte man sie auch nutzen. Ja. Wir haben heute den 3. November und am 3. November haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind und das hast du auf dem Plan. Ja, den Bomber der Nation. Gerd Müller. Gerd Müller. Ja, man muss ja auch total nachdenken, nicht Thomas Müller, sondern Gerd Müller. Gerd Müller, Bomber der Nation, warum? Er hat in der Nationalelf 68 Tore, das war sehr, sehr lange Rekord, 68 Tore geschossen und war nebenbei in seiner Bundesliga-Karriere noch siebenmal Torschützenkönig. Also der Mann. Siebenmal Torschützenkönig für ein ganzes Jahr. Also nicht irgendwie mal Torschützenkönig, weil er irgendwie an dem Bundesligatag irgendwie mal vier Tore geschossen hat. Nein, sieben Saison. Sieben Jahre. Ja. Hammer. Also der und der Ball, die waren echt so. Ja, und dabei hat man irgendwie gedacht, der Gerd Müller, der steht eigentlich immer nur an der richtigen Stelle sozusagen. Der hat ja gar nicht viel gemacht. Ja. Also natürlich hat er viel gemacht, aber das sah nicht so aus, weil der immer irgendwie so, der hat einen Griecher gehabt. Der hat halt vorausschauend gespielt und... Hammer. Ja. Aber in Interviews... Ja, man kann nicht alles haben. Du willst auch immer alles haben. Man sagt ja auch, wenn du denkst, ist es schon zu spät. Ja, ja, genau. Das geht mir oft auch so. Das kam, glaube ich, von Gerd Müller auch sogar, der Spruch, warum er denn überhaupt... Wie er denn dazu kam, so viele Tore zu schießen. Wenn du denkst, ist es schon zu spät. Und Gerd Müller hat nie angefangen zu denken, deswegen hat er immer ganz viele Tore geschossen. Ja, ich meine, jetzt wollen wir nicht schlecht reden über Gerd Müller. Oft liegt das Geniale im Einfachen, da wollen wir aber ganz ehrlich sein. Geboren ist er in Nördingen, im schönen Baden-Württemberg. Lieber Gerd, zu deinem Geburtstag, alles Gute. Hau rein, lass dich feiern. Lebt er eigentlich noch? Logo lebt er noch. Der lebt noch. Klar. Ja, 1946, am 3. November, da bekommt Japan eine neue Verfassung. Ach, genau. Ja, und ist dann eine parlamentarische Monarchie. Wow. Jetzt guckst du blöd, ne? Ja, ist ja cool irgendwie, ja. Ich stehe eh so ein bisschen auf dieses, ja. Asiartisch? Nein, auch, aber ich meine, also auf das Königreich als solches. Ach so, die Monarchie an sich. Ja, an sich. Also Könige findest du gut? Ja, find ich gut. Aber ja. Welche Könige am besten? Ja, was soll ich sagen? Kaiser Wilhelm zum Beispiel fand ich super. Das ist ja schon das Erstmal. Ja, 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 ja. Ja, gut. Aber ich meine jetzt so irgendwie aktuelle Sachen? Aktuell, ja. England? Nee, Spanien. Spanien? Ja. Also den Philippe? Ja. Philippe, vorher Juan Carlos fand ich richtig gut. Da kannst du hingehen und sagen, Mensch, Philippe, wir zwei. Was dann halt so ein bisschen meine Euphorie gebremst hat, dass sie Elefantenjagd gemacht haben. Ja doch, und Carlos hat Elefantenjagd gemacht. Muss das sein? Nö, muss nicht. Muss nicht, aber er ist halt König. Und da machst du so einiges Doofes. Es ist halt, es ist. Aber am 3. Oktober haben wir noch einen Fakt, den du raushauen willst. Ja, richtig. Und so, 1903 hat Panama seine Unabhängigkeit von Kolumbien erklärt. So eigentlich nichts Besonderes. Ich meine, das war abzusehen nach der damaligen politischen Lage. Was aber ganz wichtig war, das war die Grundvoraussetzung für den Panama-Kanal. Und der ist ja nun heutzutage immer noch immens wichtig. Okay, okay. Das heißt, 1903 war das? 1903. Und die waren vorher, gehörten die zu Kolumbien nicht auch. Ja, richtig. Ja, ja. Haben die auch nie so auf dem Schirm gehabt. Ja. Das Ganze. Am 3. November 1994 kam ein Film in die Kinos. Jetzt sag. Ja, Moment. Ein Film in die Kinos, den fand ich da so richtig geil bis heute. Ich sag nur, der Pfad der Gerechten ist gesäumt von Frefeleien, der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Ich kann das sogar auswendig einfach so aus dem Nichts. Welcher Film? Samuel L. Jackson in Part 2. Ja, wie geil. Ja, ja. Habe ich mir ungefähr 500 Mal reingezogen. Deswegen kannte ich diesen Spruch auch. Ich wusste nicht, dass ich ihn konnte. Ich habe einfach mal angefangen. Sag mal ehrlich, deswegen hast du auch in Holland dein Auslandssemester gemacht. Einfach weil die da Werbung für gemacht haben in ihrem Film. In dem Zwiegespräch im Auto. Erinnerst du dich noch? Ja, die haben über Amsterdam gesprochen, aber der Film ist ja erst 1994 rausgekommen und ich war 2000er. Stimmt, kann sein, aber ich glaube, da habe ich ihn noch nicht gekannt. Ich habe den Film recht spät gesehen. Ich habe den nie im Kino gesehen, sondern recht spät gesehen und erst im Nachhinein, nachdem ich in Amsterdam war, habe ich das. Und die haben auch wirklich recht. Ja. Stimmt alles, was die da erzählen. Ja. Die Polizisten haben dich das verdammte Recht, dich zu durchsuchen. Korrekt. Ja, ist ja wurscht. Sie haben mit dem Fahrrad unterwegs da. Ja. Das ist ja schon wieder toll. Es wundert mich, dass sie nicht mit dem Ruderboot durch die Krachten fahren. Hey du, Drogendealer. Könntest du gerade mal einen Augenblick warten, bis ich hier ausgestiegen bin? Bleib stehen. Ich will dich verhaften. Ich bin schon mal in Amsterdam beklaut worden übrigens. Von? In einem Dieb. Von so einem farbigen Dieb. Okay. Der hat mir erzählt, er ist Johnny. Johnny, Johnny. Wenn du irgendwas brauchst, kommst du Johnny, sagt er zu mir. Johnny Töp, oder? Und das war so im Rotlichtmilieu, weißt du? Da sind ja diese engen... Ja, aber treibst du dich auch rum. Naja. Und da waren diese engen Gassen, ne? Und der Johnny kommt so von der Seite so und sagt so, hey Johnny, ich bin Johnny und sowas. Und wenn du was brauchst, kommst du Johnny und so. Ich so, ja, ist ja gut. Du wolltest ja so loswerden. Ich bin immer weitergegangen. Er ist immer hinter mir her. Und dann hat er immer so ein Tuch in der Hand gehabt. Das Problem war, ich hatte mein damaliges Handy, hatte ich hier in der Brusttasche. Okay. Was meinst du, wie lang es in der Brusttasche war? Nee, ist klar. Da hat er mich schön verarscht, Johnny. Und, geil war, dann war er weg natürlich, irgendwo in der Nacht verschwunden. Tschup, 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 um die Ecke weg war er. Keine Ahnung, ja? Also ich hab mir nur irgendwie so, ich hab ihn noch gesehen, 25 Meter, ach, da geht er um die Ecke. Bis ich da war, war der schon in Rotterdam. Egal. Dann hab ich, aber am nächsten Tag, hab ich auf meiner Nummer angerufen. Da geht der Idiot auch noch dran. Da geht dran ans Telefon. Ich so, Johnny? Schweigen. Ich so, Johnny, I want to have my mobile... I pay you money. Forget it. Ich wollte ihm ja Geld geändert, damit ich diese scheiße Nummer... Das Problem ist ja, es war so eine Prepaid-Nummer. Und wenn das Ding weg ist, ist es weg. Dann musst du alles ändern, ja? Ja, ja, klar. Aber er hat dann irgendwie ausgeschaltet und in der Hand war es für immer tot. Aber das Geile war wirklich, er geht dran am nächsten Tag. Was ein Vollhorn, ehrlich. Ich glaub, der hieß nicht Johnny, der hieß Horst. Die Frage ist, wer ist der größte Vollhorst? Der Typ, der drangeht oder der versucht, da anzurufen? Ja, hast du gut gemacht. Naja, egal. Ja, das war der 3. November. Wir sind schon Pulp Fiction zu meiner Geschichte nach Amsterdam gekommen. Ist egal, so ist das hier bei Schoki, bei Noki. Wir erfahren manchmal Sachen über Johnny und über Horst. Waren nie geplant. Aber gut, es ist... Morgen, am 4. November sehen wir uns wieder. Bis dahin. Cheerio, Miss Sophie. See you, Jessie. Bye. Bis zum nächsten Mal.